Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Viele Köche schwören auf selbstgemachte Teigwaren. Erstens können wir die Zutaten selbst auslesen und zweitens werden die Teigwaren durch das Auswalzen fester und heben mehr Bisse. Alle, die aber nicht so weit gehen und Teigwaren selbst machen, können wir jetzt eine gleichwertige Alternative anbieten. Die gewalzten Teigwaren von Gala. Auch in der GOP Teigwarenfabrik werden nur die besten Zutaten verwendet und der Teig wird nach dem Mischen und Kneten ebenfalls ausgewalzt und nicht nur gepresst wie die normalen Teigwaren. Vielleicht probieren Sie die gewalzten Teigwaren von Gala selber einmal aus. Zur Zeit offerieren wir sie Ihnen nämlich zum Aktionspreis, so wie alle anderen Gala Teigwaren auch. Wir freuen uns, wenn wir Ihnen nicht nur günstige, sondern auch immer wieder neue Produkte anbieten können, die ein wenig Farbe und Abwechslung in den Menüalltag bringen. Dinosaurier jeglicher Art sind ja bekanntlich im letzten Herbst im grossen Stil aus ihrem Jahrmillionenlangen Schlaf aufgewacht und haben die Erde zurückerobert. Und eine Dinosauriergattung kann ich Ihnen ganz besonders ans Herz legen. Der Dinolino, eine fix fertige Kindermahlzeit aus Bulebrust. Dinolino ist spaniert und vorgebacken. Nur noch kurz auf beiden Seiten erhitzen und fertig. Auch für Pizza-Fans habe ich heute eine Neuheit. Und zwar kommt sie aus der Coop-Molkerei-Abteilung. Pizzamix, das ist eine Mischung aus geriebenem Mozzarella, Provolone und Dillsitter. Und das geht ganz einfach. Den Teig gemäss dem Rezept auf der Rückseite der Verpackung lustig belegen. Dann Pizzamix darüber streuen und mit wenig Olivenöl beträufeln. Und nach 30 Minuten ist Ihre Pizza zum Servieren bereit. Auch im Markenfenster können wir Ihnen immer wieder Neuheiten vorstellen. Heute zum Beispiel beweist Ihnen Steinfels, das mit dem Dischlaf-Kompakt auch ein umweltschonendes Geschirrspülmittel optimal reinigt. Das neue Dischlaf löst auch besonders hartnäckige Eiweiss- und stärke Verschmutzungen. Es ist giftklass- und phosphatfrei. Und wegen der konzentrierter Form muss man auch nur noch die Hälfte dosieren. Dazu hat es einen Sicherheitsverschluss. Und die faltbare Flasche braucht wenig Platz im Abfall und schützt zudem optimal vor Feuchtigkeit. Das neue Dischlaf-Kompakt von Steinfels kommen Sie zusammen mit dem Dischlaf-Spülglanz ab sofort in unseren Läden über. Normalerweise kommt ja eigentlich das Kochen vor dem Abwaschen. Wir machen es heute mal umgekehrt. Das Rezept mit der Esther. An einem Souffle an wagen sich ja viele nicht aus Angst vor Misserfolg. Aber nach dem heutigen Rezept sollte das wirklich kein Problem mehr sein. Als erstes bei einem Souffle ist wichtig, dass man nur den Boden einfettet. Sonst fällt es gleich wieder zusammen. Also nur den Boden mit Anken bestreichen. Dann in der Pfanne Anken schmelzen, das Mehl beinfügen und kurz abdämpfen. Mit 3 Deziliter Milch ablöschen und glatt rühren. Auch da ist wichtig, dass man ganz glatt rührt. Es darf keine Knölle mehr haben. Würzen mit Muskat, Salz und Pfeffer. Dann die Pfanne vom Herd nehmen. Wenn die Masse ein wenig abkühlt ist, die Eier teilen und das Eigelb darunter mischen. Anschliessend alles vollständig auskühlen lassen. Wenn es so weit ist, sehr fein gewürfelte Gorgonzola und zu Schnee geschlagenes Eiweiss vorsichtig unter die Masse ziehen. Am besten nimmt man den Schwingbessen, damit alles ganz luftig bleibt. Die Form in die Mitte des vorgeheizten Haufen stellen und während rund einer Stunde backen. Das Gorgonzola Soufflé ist als Vorspies für 4-6 Personen oder mit einem Salat als Hauptgang für 3-4 Personen. Am Fernsehen sieht alles einfach aus. Es ist aber auch zu Hause keine Kunst. Sie finden das Rezept wie immer in den wichtigsten Tageszeitungen und in der Coop-Zeitung. Einen guten! Das Rezept von Esther beweist, dass etwas Gutes nicht teuer sein muss. Günstig essen können Sie aber auch im Coop-Restaurant. Diese Woche gibt es dort ein geschnetzeltes Zürcher Art mit Rösti und Salat für nur 9,80 Euro. Und mit diesen günstigen Preisen habe ich auch gerade eine ideale Überleitung für unseren nächsten Beitrag, die Aktionsangebot. Bei Coop kostet das Kilo Tomaten nur 2,40 Euro. Alle Coop-Früchtequark im Duo bekommen Sie 50 Kg günstiger. Aprikosen gibt es für nur 1,20 Euro. 10 Schweizer Eier Klasse A gibt es für nur 3,50 Euro. Und für die Kinder gibt es diesen tolle Lastwagen für ganze 9 Franken. Und Barbie für nur 15 Franken. Und hier noch der Coop-Preisabschlag. Die Dose mit weissen Bohnen kosten von jetzt an nur noch 2,20 Euro. Sie sehen, Sie kaufen bei Coop lohnt sich aus verschiedensten Gründen. Aber auch das Reisen mit Coop wird immer interessanter. Eine unvergessliche Reinfahrt während der schönsten Jahreszeit an Bord von einem komfortablen Hotelschiff zum Beispiel offerieren wir Ihnen bereits ab 1230 Franken. Wenn Sie mehr über unsere abwechslungsreiche Reise auf dem Rhein nach Holland wissen wollen, oder den Coop Extra Reisenprospekt bestellen wollen, oder sich einfach schon einen Platz auf Ihrer Wunschfahrt sichern wollen, dann können Sie uns jetzt anrufen und zwar auf das Gratistelefon 155 11 14. 155 11 14. Die Leitungen sind wie immer noch bis um 9 Uhr besetzt. Und das wäre es auch schon wieder gewesen für heute vom Coop Studio mit Konsumenteninformationen und mit Einkaufstipps. Ich hoffe, es hat auch für Sie wieder etwas dabei gehabt und wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Abend. Bis am nächsten Mittwoch. Auf Wiedersehen.